Hallo Leute, ich wurde nominiert von dem Autor Willi, grüß dich Willi, und zwar zur Ice Bucket Challenge. Das heißt, man will ein Zeichen setzen gegen eine ALS-Krankheit. Das ist eine Krankheit, die greift also Nerven an und dadurch lähmt sich der Körper, also in allen Bereichen, Gesicht, Beine, Arme und das ist eine üble Krankheit, damit da ein bisschen mehr an Forschungsarbeit geschehen kann, also auch Spenden für diese Aktion. Wurde das Ganze ins Leben gerufen. Und ich denke, das ist schon eine sinnvolle Sache, wenn man so Menschen helfen kann, die schwer krank sind, und dass man da vielleicht ein bisschen mehr machen kann. So, bevor wir das jetzt machen, dann wollen wir eben schon mal schön die Eishöfen hier einfüllen, damit das jetzt auch jemals drin ist. Also, den krieg ich nur ein. Ein bisschen einwirken lassen. So, und ich nominiere hier auch jemanden, und zwar den Tino von TA Pictures und den Frank, den Major Man 70. Also, haut rein, Jungs. Und wir warten eben noch ein bisschen. Ach, das ist schon. So. Haut rein. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. 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 Das war's.